Okay, Nummer 5. Ich habe es jetzt vorgespult, weil wir müssen uns jetzt einen ganz anderen Talk noch anhören. Flaky Flaky, wenn er flakt. Also normalerweise benutze ich den Ausdruck nur bei Frauen, aber wenn er Dates absagt. Und vorletzte Woche habe ich das Reel gemacht zum Thema emotional nicht verfügbare Menschen. Unter anderem war dort eins der Punkte, wenn die Person dir regelmäßig oder sogar das erste Date absagt, ist das immer eine Red Flag. Und natürlich ist es eine Sache, die gilt für beide Geschlechter und es ist auch eine Sache, wo sogar für beide Geschlechter ich schon auf die Handbremse ziehen würde und auf den Eject-Knopf drücken würde, dass du mit dem Sitz rausgeschleudert wirst. Das ist übrigens so ein Ding, wo ich sogar bei Männern sagen würde, da diskutieren wir auch nicht über One-Night-Stand oder F+. Da diskutieren wir nur über etwas, was dir das Genick brechen wird. Also, erste Sache, ganz wichtig. Und es ist für mich so eins der wichtigsten Sachen, die ich gelernt habe in den letzten Jahren. Wenn ein Mann dir sein Wort für etwas gibt oder etwas sagt, dann musst du ihm beim Wort nehmen. Bricht er sein Wort, kannst du ihm nicht vertrauen. Oder er mag dich nicht. Oder du hast bei ihm keinen großartigen Stellenwert. Das heißt, wenn ich sage, wenn ich einer Frau mit einer Frau ein Date ausmache, dann steht das Date. Egal, was passiert. Ob ich krank bin, also ob die Welt untergeht, ob Zombie-Apokalypse ist, ich bin da. Ja, natürlich, 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 es können immer Sachen passieren, wo man absagen muss, selbstverständlich, ist klar. Ja, aber das passiert nur einmal. Und ich kann euch, und ich hatte das letztens wieder, wo ich mir wieder dachte so, warum habe ich immer recht? Warum? Warum? Warum habe ich immer recht? Wenn dir eine Person beim ersten Date absagt, dann kannst du davon ausgehen, dass du sie erstens nicht beim Worten mehr nehmen kannst. Also, sie ist keine vertrauenswürdige Person. Ihr Wort ist, spielt, also, das ist kein Verlass, egal ob Mann oder Frau. Wie gesagt, beim Mann ist es noch schlimmer, weil auf das Mann eines Wortes musst du dich als Frau verlassen. Andersrum ist es nicht so wichtig. Der Grund dafür ist, nochmal, das Thema Sicherheit, das Thema Vertrauen. Ja, für eine Frau ist es wichtig, einem Mann vertrauen zu können. Ja, denn in der Stunde der Wahrheit muss sie sich auf ihn verlassen. Und wenn sie sich auf sein Wort bis jetzt nicht verlassen konnte, weiß sie, dass sie ihn auch auf alles andere nicht verlassen kann. Deswegen ist es für Frauen noch viel wichtiger, auf das Wort eines Mannes sich verlassen zu können. So, sagt die Person beim ersten Date ab. Weil immer irgendwas passieren kann. Es kann immer die Welt untergehen. Mein Gott, ja. Passiert. Dann musst du aber so schnell, also, es muss erstmal sowieso ein Gegenvorschlag kommen. Und so schnell wie möglich das Date nachgeholt werden. Plus, du musst noch das Gefühl bekommen, dass da jemand im Nachzug ist, weil er etwas verkackt hat und es wieder gut macht. Deswegen, also als Beispiel, wenn es dazu kommt, dass ich jemals ein Date absage, was passieren kann. Wie gesagt, hatte ich auch schon mal. Dann gebe ich der Person gegenüber, wie gesagt, nur wenn ich sie mag. Wenn ich natürlich, wenn sie mir egal ist und ich so Spielchen spiele, dann natürlich nicht. Aber wenn sie mir wichtig ist, dann gibt es kein Missverständnis, dass es missversteht. Das heißt, es kommt sofort ein Gegenvorschlag, ein naheliegender Gegenvorschlag und nicht irgendeiner 10.000 Jahre später. Und da wiederum kommen so Sachen, wie dass ich sage, ey, du pass auf, richtig scheiße von mir, verkackt, tut mir leid. Essen geht auf mich das nächste Mal. Safe. Oder die Getränke gehen auf mich oder was auch immer wir machen werden. So. Damit die Person weiß, okay, das war wirklich eine einmalige Sache. Das wird nicht normal passieren. Wenn das Date ein zweites Mal abgesagt werden sollte, gibt es keine Diskussion mehr. Keine Diskussion. Die Person wird aus eurem Leben entfernt. Sofort. Und noch ganz wichtig, bevor ihr diesen Fehler macht, den sehr viele machen, wenn das erste Date abgesagt wird, nicht, ich sage es nochmal, nicht mehr in diese Person investieren. Auf die Bremse drücken und rückwärts gang, aber schnell. Denn, ihr habt gesehen, dieses Techte Mechtel, was es vielleicht vorher gab, dieses, was ja viele machen, dieses Rumschreiben und Telefonieren, war schon beim ersten Mal dabei, euch das Genick zu brechen. Also warum solltet ihr weiterhin mit einer Person kommunizieren oder in sie investieren, wenn sie euch gezeigt hat, auf dich ist ja kein Verlass. Denn beim zweiten Mal, weil viele denken dann, okay, ich bleibe dann weiter am Ball und zeige der Person, dass ich sie will, nicht, dass sie nochmal absagt oder nicht, dass sie denkt, nur weil ich denke, nicht, dass sie denkt, nur weil sie abgesagt hat, ich hätte kein Interesse mehr, investiere ich weiter und dann sagt die, was sie sowieso meistens machen wird, sagt die Person beim zweiten Date auch ab. Denn, dann wären wir wieder beim Thema Respekt, vor allem bei Frau Mann, dass die Person dann sagt, ey, guck mal, ich habe dir schon beim ersten Date abgesagt und die läuft dann immer noch hinterher, okay, krass, sowas kann ich nicht respektieren. Und dann wird sie beim zweiten Date auch absagen, 100%, das verspreche ich euch. Deswegen zieht die Handbremse, denn die andere Person sollte eigentlich sagen, boah, ich habe das erste Date abgesagt, boah, jetzt muss ich richtig krass Gas geben, nicht, dass der oder die gegenüber denkt, ich hatte kein Interesse. Weil es war wirklich ein Versehen und ich konnte das, es war einfach nicht möglich und es tut mir leid und jetzt investiere ich nochmal, um der Person zu zeigen, hey, du, pass auf, war so. Wenn ihr Gas, noch weiterhin Gas geht, obwohl euch jemand ein Stoppschild gesetzt hat und nochmal, es ist mir egal, welche Begründung genannt wird, also wirklich, es spielt keine Rolle, egal, was als Begründung genannt wird, ist irrelevant, weil hinter dem gleicher Zeichen steht, ich habe mit dir ein Date ausgemacht, als Mann zum Beispiel, ich habe mit dir ein Date ausgemacht und ich habe sie abgesagt. Also auf mich kannst du dich gar nicht verlassen, auf mein Wort ist nicht Verlass und das geht nicht und da kannst du nicht als Frau auch noch weiterhin investieren, weil du hoffst, dass er, nicht, dass er denkt, dass du kein Interesse mehr hättest, obwohl es eigentlich andersrum sein muss, obwohl der Mann sagen müsste, okay, scheiße, ich habe es voll verkackt, ich denke jetzt bestimmt, ich bin so ein Typ, auf sein Wort ist nicht Verlass, auf ihn ist nicht Verlass, boah, fuck, ich muss jetzt ein bisschen der Person zeigen, hey, du, tut mir wirklich leid, ich überinvestiere jetzt mal ein bisschen. Jetzt zeige ich dir mal ein bisschen mehr, wie toll ich dich finde, indem ich zum Beispiel sage, hier, du, wir gehen essen, das Essen geht auf mich, auf meine Kappe, definitiv, als Wiedergutmachung zum Beispiel. Und das übersehen halt viele. Und da brechen sich halt wirklich viele das Genick. Ja, dieses, dieses, nochmal, das erste Mal kann passieren, aber danach ist immer wichtig, wie wird das gehandelt. Nicht, aber wichtig, du handelst es so, dass du sagst, okay, Bremse, nicht, das heißt, es wird nicht mehr geschrieben, es wird nicht mehr telefoniert, gar nichts mehr, bis das Date stattfindet und die Person, die gezeigt hat, dass es ein Missverständnis war und dass es wieder gut gemacht hat. Und dann kannst du wieder mit der Person schreiben und reden und dann könnt ihr versuchen, die Beziehung wieder zu intensivieren oder generell erstmal zu intensivieren. Alles cool. Aber nicht diesen Fehler machen, jemand haut euch mit einem Stoppschild ins Gesicht und ihr rennt dann weiterhin drauf und sagt, ich finde dich toll, ich finde dich toll und ich will dich trotzdem weitersehen. Und glaubt mir, und ich sage es nochmal, weder Mann und Frau sowieso nicht, weil wir reden hier von Genuine Desire, wird es euch übel nehmen, wenn ihr danach weniger schreibt oder mit ihr, oder mit ihr, ähm, oder mit ihr telefoniert oder sonst, was ihr sonst irgendwas vorher gemacht habt. Never ever. Das Einzige, was passieren wird, ist, dass er oder sie schreibt, hey, du pass auf, ähm, kann es sein, dass du kein Interesse mehr hast, ich wollte nochmal nachhaken, bla bla bla, aber steht noch unser Date, wenn das Date steht, ihr trefft euch und dann ist wieder alles cool, dann versteht man sich, was auch immer und dann wird wieder neu gewürfelt. Alles in Ordnung. Aber das sind so Signale, wo sich viele einfach unnötig das Genick brechen, weil sie volle Granate reinrennen, obwohl der andere schon gesagt hat, du, oh, hm, auf mich kannst du, das ist kein Verlass. Und dann natürlich die zweite Sache, wenn wir das Ganze ein bisschen weiterspinnen, regelmäßige Dates absagen. Also wenn quasi dann so ein bisschen mehr läuft, wenn man sich ein bisschen näher kennenlernt, aber dann merkt so, hey, jedes dritte Date wird abgesagt oder jedes zweite Date wird abgesagt. Also nochmal, für mich als Mann sowieso, ja, für Männer generell ist Verfügbarkeit eine sehr wichtige Sache. Das heißt, also ich will nicht der Frau hinterherlaufen, wenn sie Zeit hat, beziehungsweise dass sie Zeit hat, nur wenn sie Zeit hat und ich mich nach ihr anpassen muss, sondern ich habe so mein Leben und wenn ich Zeit habe, will ich auch, dass sie Zeit hat. Das ist mir halt wichtig. Aber wenn ich merke, ich mache ein Date aus und übrigens ist auch egal, ob ich sie schon zehnmal oder fünfmal davor gesehen habe und wenn ich aber merke, auf einmal werden Dates abgesagt, egal aus welchen Gründen, dann ist sie raus, Punkt aus. Da wird auch nicht diskutiert. Ich hatte schon ein, zwei Mal in meinem Leben, wo dann irgendwie, da wurde hier abgesagt und dann wieder bla 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 bla, ich finde dich so toll. Und dann wurde auf einmal wieder da abgesagt und dann habe ich gesagt, du, sorry, also sogar und sogar, das waren sogar Fälle von Frauen, wo ich gesagt habe, okay, das sind jetzt keine Frauen, wo ich mir vorstelle, dass da irgendwie mehr draus wird als F plus. Sogar da habe ich gesagt, nee, so habe ich keinen Bock, weil ich kann nicht mich auf etwas freuen oder meinen Tag auf eine gewisse Art und Weise verplanen und dann wird mir einfach eine Stunde vorher abgesagt. Wie gesagt, nochmal, der Grund ist mir egal. Es spielt keine Rolle. Es spielt wirklich keine Rolle. Egal, wer was gemacht hat und warum und hast du nicht gesehen, du warst nicht da. Ich kann mich auf dich nicht verlassen. Und wenn wir es jetzt nochmal umdrehen für die Frauen, als Mann geht das gar nicht. Also da bin ich regelgroß. Da sage ich, nee, sorry, wenn du auf das Wort eines Mannes dich nicht verlassen kannst, vergiss es. Sofort weg. Sei es beim ersten Date, da ist schon eine Red Flag. Ich würde sogar, sie hat nämlich gesagt, beim dritten Date ist er raus, also beim dritten Flake, also beim dritten Mal absagen ist er raus. Ich würde es nicht so weit kommen lassen. Das ist zu gefährlich, dass du dich da in was verrennst. Erste Date und dann wirklich sehr achtsam sein, sich zurückziehen. Zweite Date, raus. Warum, warum auch? Warum jemandem eine dritte Chance geben? Er hat das schon beim ersten zwei Mal gezeigt, dass man sich auf sein Wort nicht verlassen kann. Das heißt also, wenn du dann weiterhin mit der Person Zeit verbringst oder dich auf sie einlässt, dann weißt du doch schon, dass sehr oft Dates einfach abgesagt werden. Weil einfach generell auf sie nicht Verlass ist. Du musst also sechs Dates ausmachen, um sie zweimal zu treffen. Blödsinn, brauchst du nicht, weißt du doch schon. Und nein, es kann, so viel Zufall kann nicht zusammenkommen, dass zweimal abgesagt wird zum Blödsinn. Kommt, also, hört auf damit. Hört auf, euch sowas einzureden. Auch ihr, liebe Frauen, glaubt mir, nein, sowas gibt es nicht. Beim ersten Mal ist es schon eine üble Sache, wo man sagt, okay, stopp, was ist das hier? So, und im Nachhinein, wie gesagt, wenn öfters aber dann Dates abgesagt werden, dann haben wir jetzt so ein Problem von emotionaler Nichtverfügbarkeit. Vor allem, wenn es dann so ganz komisch ist. Aber generell, Dates absagen ist immer eine Red Flag. Und sobald ihr merkt, da ist eine gewisse Struktur drin, sobald ihr merkt, okay, ich kann mich jetzt hier nicht irgendwie auf die Person verlassen, weil von fünf Dates, die wir im Monat ausmachen, werden zwei oder drei immer abgesagt, das geht nicht. Da würde ich ganz schnell die Handbremse ziehen, weil sonst verlauft euch in etwas. Und dann steckt ihr drinne und dann ist die Person weg, weil sie dann eh schon euch vorher gezeigt hat, dass sie nicht so mega Interesse hat. Weil wer Interesse hat, der findet auch Zeit, sogar wenn du ein sehr vielbeschäftigter Mann bist. Du findest Zeit, glaubt mir das. Auch vielbeschäftigte Männer, die sehr viel in ihrem Leben zu tun haben, die ihren Aufgaben, ihren Missionen, ihren Leidenschaften und hast du nicht gesehen, ihren Job hinterher sind, haben trotzdem irgendwo Freizeit. Und trotzdem können sie sich Zeit nehmen. Und deswegen Red Flag.